Die Azalee gilt als die Stadtblume Taipeys und symbolisiert den Einbruch des Frühlings. Das jährliche Azaleenfest in Taipei wird in diesem Jahr am 14. März, am sogenannten Weißentag, dem japanischen Valentinstag, beginnen. Nicht nur einheimische Azaleen, sondern auch importierte Azaleen sind zu sehen. Viele Taipeer Bürger haben Lust, dort Azaleen zu bewundern, fotografieren und gar malen. Es sind außerdem mehrere Rahmenprogramme geplant. Unter anderem wird am 21. März im Daanpark ein Konzert abgehalten.